hey leute ich hatte gerade gecoacht und das war gar nicht lustig es ging so um kreieren und worauf der geist sich fokussiert ist man immer so versucht dinge zu vermeiden und so und ich habe halt gemerkt dass ich richtig viel so vermeide und nicht kreiere unangenehm richtig unangenehm das ist der ganze spaß das geil ist jetzt habe ich das rausgefunden jetzt sehe ich das und kann meine mein bewusstsein dafür stärken und das besser erkennen und mich mehr einfach auf die dinge fokussieren die ich kreieren will und das ist zum beispiel dieser youtube channel